Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir einen Index für dein Bullet Journal malen. Dafür brauchst du natürlich ein Bullet Journal, ich habe hier das Scribbles that Matter, ein Geodreieck, Faber Castell Bleistifte oder jeden anderen Beistift, das tut natürlich auch. Dann Frixen Stifte, also ich habe hier den schwarzen und Visebra Mildliner. Ja und dann geht es auch schon los. Ja dieser Index ist recht schlicht gehalten und ich brauche auch nur auf der rechten Seite etwas gestalten und auf der linken fange ich auch schon an zu schreiben. Ich habe das mal versucht ein bisschen vorzuzeichnen, aber das war auch nicht von der Folge Köln, deswegen machen wir es jetzt mal hier freihand. Ich fange einfach mit dem Titel an, also Index möchte ich hier an der Seite stehen haben und dann kommen die Schmuckelemente. wie okay wir gibt es jetzt mal hier so relieve ich von mir. Bis zum nächsten Mal. Hi. Tschüss. 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 So, hier kommt jetzt eine kleine Papierschwalbe hin, die soll so einen kleinen 3D-Effekt haben, daher werde ich die Kanten jetzt schraffieren, also du siehst schon, das beginnt ganz einfach mit zwei Dreiecken letztendlich und dann ziehe ich die Mittellinie. Ja, und die wird jetzt auch schraffiert, sodass das Ganze ein bisschen Dimensionen bekommt. Irgendwie hätte ich diese Elemente gerne ein bisschen verbunden, daher deute ich jetzt hier so einen Faden an, der von meinem Papierflieger zu dem kleinen Tag geht, ja, Herzchen muss auch noch sein, ne? Und dann lasse ich das hier so am Rand unterhängen. Bis zum nächsten Mal. 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 Naja, dann nehme ich gerne diese Faux Calligraphy, heißt ich male alles, was nach unten läuft, etwas dick nach und dann sieht das so ein bisschen aus wie gefakte Calligraphy und ja, das kriegt halt einfach ein bisschen mehr Dimension. Ja, und das war's auch schon. Ja, und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Naja, ich finde es einfach, dass es hinterher ein bisschen schöner, geordneter aussieht, wenn man, wenn man da halt diese Punkte hat, die das alles verbinden. Weil wenn ich immer Wörter nehme, die halt alle ungleich lang sind, dann sieht das hinterher nicht mehr so schön aus. Und auf diese Weise sorge ich dafür, dass alles irgendwie noch verbunden ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.